Abrakadabra, wer ist da? Nicht der Juba. Heute bin ich der Austrian Rebel, euch amtierender W.O.W. Austria Champ und Tag Team Champ. Und der Grund, dass ich heute mal vor der Kamera bin, dreht und euch nicht meine Aktion im Ring vorgemüht führe, ist einfach der. Es kostet mich maßlos an. Lauter Selbstdarsteller im Umlauf, jeder, ich bin dieses, ich bin jenes, ich bin der Jugo, ich bin sonst wer. Es geht mir am Arsch vorbei, Leute. Es geht mir echt am Arsch vorbei. Ich bin der Jugo. Ja, und weiter, 100 Sprüche, nix dahinter. Ich bin Dua Tonninger, der stärkste meinte W.U.W. Ja, mit so viel Pol im Hintern bin ich auch viel. Weißt, was ich meine? Sorry, wenn ich da das nehmen, bleibt da genau nichts. Und jetzt wollen wir gar nicht auffangen von dem ganzen Zirkus mit den Masken. Zeitfamilie, Tortura Martinez, El Santo Macho, wenn ich ihn auch schon länger gesehen habe. Und allen voran irgendein Subjekt, der da genannt wird, Pranker. Werder, was ist das? Ja, das wissen wir alle nicht. Aber ernst kann ich sagen, ich bin's nicht. Und das sage ich auch Dir, Jugo. Und dass Du mich verdächtigst, das kostet mich dermaßen an. Folglich, Dei Zeit, dass Du gegen Möchtegern Idioten kämpfst, ist vorbei. Am 13.05. stößt Du gegen mich, mein Freund. Dann nimm wieder nix. Dann hast Du sogar eine Chance und such einen Titel. Schauen wir mal, ob Du das verwerten kannst. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal.